Du, wir hatten schon lange nicht mehr... Ja... Ja, ja... Das war ein cooler Film. Ja... Sehr spannend, oder? Ja... Ach so, mein Klaus... Jetzt kommt die Werdung. Ja... Hallihallo! Oh... Ihr wisst, was natürlich Ende des Jahres jedes Jahr sich wiederholt in Basel, und zwar die geilste Erotikmesse überhaupt, Ecstasia! Und dieses Jahr, 2. bis 4. Dezember in der Messenhalle Basel. Was so erwartet? Hmmm... Da wären natürlich noch ein paar Stände, aufregende Sickstoys, ein SM-Bereich mit ganz viel Spielsachen... Natürlich ist auch für die Pflege gesorgt, ganz viele Stars. Und das Beste... Das bin natürlich ich! ArrivaRox! Ich bin Pornostar Nummer 1 der Schweiz, wie man ja behauptet. Und das darf ich auf keinen Fall verpassen. Also, kommen wir doch! 2. bis 4. Dezember an die Ecstasia! Ich will mich freuen! Du, Samichlaus! Gehen wir jetzt zusammen Ecstasia? Ciao! Tudo! mit dir!